Wird die Suhoi Su-57 zum weltweit ersten Sterl-Fighter mit Zweimann-Cockpit? Russlands Überlegungen, seinen Premium-Kampffiert auch als Zweisitzer aufzulegen, werden immer konkreter. Vor allem der Exportmarkt scheint sich für die Variante zu interessieren. Kampfflugzeuge der fünften Generation sind von Haus aus Einsitzer. Hochmoderne Computertechnik und künstliche Intelligenz nehmen dem Piloten im Einsatz jede Menge Arbeit ab und machen den zweiten Mann im Cockpit entbehrlich. Das gilt nicht nur für die US-Muster F-22 und F-35 von Lockheed Martin, sondern auch für Chinas Xingdu J-20 und die Su-57 aus Russland. Allerdings gab es in der Vergangenheit bei Russen wie Chinesen vermehrt Überlegungen, auch Zweisitzer-Versionen der jeweiligen Superficter zu entwickeln. Während in China die Informationslagen nebulös bleibt, scheint es Russland damit wirklich ernst zu sein. Der staatliche Rüstungskonzern Rostec bestätigte in der vergangenen Woche, dass er bereits an einer zweisitzigen Version der Su-57 arbeite. Dieses Flugzeug kann in der Ausbildung von Flugpersonal gefragt sein, um die psychische Belastung unerfahrener Piloten zu verringern, und auch lange Flüge über unscheinbares Gelände durchzuführen, heißt es in einer Erklärung der Rostec-Pressestelle. Einen konkreten Zeitplan für die Entwicklung nannte Rostec nicht. Den hat auch der stellvertretende Premierminister Juri Boriso noch nicht parat. Jedoch machte Boriso am Rande eine Arbeitsreise in den fernen Osten Russlands klar, wo er das künftige Einsatzfeld einer zweisitzigen Su-57 verortet. Im Ausland nämlich. Das Verteidigungsministerium und Su-Choy planen, ein Flugzeug mit zwei Piloten zu entwickeln, das die Exportnachfrage nach diesem Modell ankurbeln wird, erklärte der Vizeprämie. Eine solche Version könnte im Ausland zusätzliche Nachfrage schaffen, so Boriso weiter. Tage zuvor hatte Alexander Michijev, Chef des staatlichen Rüstungsexporteurs Rosoboronexport, laut einer Meldung der TASS verkündet, dass fünf südostasiatische Länder an der Su-57 interessiert seien. Welche Nationen konkret Interesse an einem Su-57 Doppelsitzer haben könnten, verriet Michijev nicht. Allerdings sind derlei Überlegungen nicht neu. Im Rahmen des sogenannten FGFA-Programms, Fifth Generation Fighter Aircraft, umrissen Su-Choy und der indische Flugzeugbauer Hindustan Aeronautics schon vor über zehn Jahren die Machbarkeit einer auf die Bedürfnisse Indiens zugeschnittenen Su-57 Version. Damals hieß der russische Kampf jetzt noch Park T-50, doch Indien machte bereits damals klar, dass für die heimische Luftwaffe nur ein zweisitziger Ableger in Frage käme, analog zur Su-30 MKI, einer für Indien entwickelten Su-30 Version. Zwar liegt das FGFA-Projekt seit rund zwei Jahren auf Eis, das Interesse Indiens an der Su-57 ist jedoch keineswegs erloschen. Gut möglich also, dass Russland vor allem Indien als Markt für eine doppelsitzige Version seines Top-Fiekters im Blick hat.